Ich spüre es mit jedem Atemzug, mit jedem Schritt. Der Sport ist meine Bestimmung. Im Training gebe ich 100% und arbeite vier Jahre für Olympia. Vier Jahre tägliches Training. Und jeden Tag werde ich besser. Die letzten Jahre war ich oft verletzt, habe mich aber jedes Mal zurückgekämpft, war immer fokussiert und habe nach vorn geschaut. Der Wurf benötigt viel mehr als pure Kraft. Es geht um die Technik und deren Feinheiten. Koordination, Schnelligkeit, Beweglichkeit. Alles vereint in einem Moment. Wenn der Speer meine Hand verlässt, bleibt die Zeit kurz stehen. Ein unbeschreibliches Gefühl. Der fühlt sich gut an und auch der geht weiter aus. Der Wurf, der mich ins Finale bringt. Dann denke ich daran, der Beste zu sein. Und an die nächste Olympiade. 87,39. 84,29. 87,39. Das hier ist doch Olympia Reloaded. Ich bin Julian Weber und ich kämpfe um Gold für Deutschland.